unfassbar und das mitten in deutschland ein schuldirektor schreibt ende januar einen warnbrief an die eltern mädchen sollen den schulweg nur in gruppen antreten in regensburg liegt eine katholische mädchenschule idyllisch am schlosspark doch nicht weit entfernt vom regensburger hauptbahnhof der brief sei rein aus vorsicht da sich die fälle von straftaten rund um das bahnhofsviertel im vergangenen jahr deutlich erhöht haben doch ausgerechnet in dieser malerischen atmosphäre sorgt sich der schulleiter um die mädchen und warnt die eltern eindringlich ihre kinder nur in gruppen zur schule gehen zu lassen und unabhängig von der tageszeit sollten ihre töchter den schulweg am besten in gruppen antreten und nur gut ausgeleuchtete straßen benutzen unter anderem soll es ende januar dort zu einer vergewaltigung gekommen sein aufgrund der sich mehrenden kriminalfälle schrieb der direktor den brief an die eltern denn selbst tagsüber seien die straßen und wege rund um die schule kriminalitätsschwerpunkte unter den tatverdächtigen befinden sich dabei auffallend viele tunisier da frage ich mich wo wir hier eigentlich sind das ist doch unfassbar ein ein